Guck mal aus dem Fenster da hinten, legst du da hinten, da jagt grad ein Zom wie ein Schaf. Siehst du das? Ach da. Auf der Straße da oder so. Ja, ja. Nice. Oh, Moment, warte. Geh mal weg, geh mal weg, Moment. Kann ich irgendwie zoomen? Oh ja, nice, ich kann sogar mit dem Schauschützengewehr zoomen. Guck mal, ob ich die treffe. Ha, getroffen. Rund. Oh. Moment, war ganz hin, der muss nachladen. Okay, also, da muss ich die Snippereffe weglegen. Das ist irgendwie sehr lange Nacht, ne? Ja, das ist echt krass. Wir sind jetzt ungefähr vier Stunden nach, da kommt der nächste Zom Jan. Ey, wo bist du hin? Ich bin kurz nach unten gegangen. Oh Gott, wir müssen das Haus gleich unten wieder ganz aufbauen, mit den Wänden und sowas, ey. Warum siehst du die... Moment. Okay. Ähm, okay, ich hab nur so komische Punkte. Achso, du schiebst mich nach oben, wenn du die... Ahaha. Wow, Alter. Teils Camper. Okay, ich bin jetzt gerade unten, hier ist jetzt gerade niemand. Okay, da kommt der nächste. Oh nice. Okay, also in die Küche tun wir dann halt immer auch immer so unser Essen und Trinken, ne? Ja. Weil wir haben hier auch eine gute Küche auf meinem Kochtopf. Ja, also heißt das, dass wir uns hier einrichten wollen? Achso. Ja, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, wir können auch gerne noch weiter rennen. Ja, mir ist es eigentlich auch egal, nur ich hab mich jetzt erstmal kurz in Leerarzt, so mit Wasser und sowas. Ja, das ist doch okay. Weil, ja, ich hatte da so extrem viel. Das essen natürlich beide alles, aber wäre ja eigentlich ganz gut auch noch, wenn wir irgendwo mal kurz kochen können. Wie machen wir ein Feuer? Äh, ich weiß gerade selber nicht, wie wir ein Lagerfeuer machen. Na, hier unten ist jetzt eigentlich relativ clear. Ging nämlich gerade mal die Küche hier aus. Okay, jetzt hab ich da... Na, ich muss wieder ein bisschen Wasser mal mitnehmen, dann lieber wieder. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Mist, wie ich... Das ist kein Wasser mehr. Nein. Sonst hab ich nachher nix mehr. So. Ja, ich hab noch genug. Wow. Ich wollte jetzt halt mal ganz immer klar... Kann ich die ja nicht abbauen? Kannst du die abbauen? Was? Die, wo ich hier grad drauf kloppe. Nö. Oh leih. Oh, ich hab glaub ich grad die Lampe ausgemacht. Ja. Moment. Ich leuchte mal hier unten ein bisschen aus. Ja, wir können uns hier gerne erstmal irgendwie so einnisten. Ja, ne, ne, ne. Ich find dann gehen wir da doch weiter, weil hier ist auch schon ziemlich viel kaputt. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich würde sagen, wir warten jetzt hier so ein bisschen noch die Nacht ab. Ähm, und dann ziehen wir auch weiter. Suchen noch ein paar Häuser und sowas. Ähm, vielleicht filmen wir noch was geiles. Wow. Ich esse nochmal eben schon meine Pizza hier auf. Da, geh aus dem scheiß Inventar raus. Ich treff die Olle nicht. Geht doch. Alter, sind voll viele Tiere. Ne, so ne Farm hier ist auch nicht so dolle. Ich würd hier eine andere nehmen. Ja. Mach hier. Ja, du bist gegen den Kaktus gelaufen. Ähm, hast du noch irgendwie Painkiller oder so? Ja. Äh, füll damit mal dein Leben auf. Achso, und meins, ja. Ja, und meins auch. Oh Gott, ich hasse diese Kaktis. Kaktin. Ja, ich weiß. Komm mal hier mit auf die Straße. Ja. So. Ist das ein Schwein? Äh, kannst du mir irgendwie ein, äh, ein, zwei Painkiller geben? Wie viel hast du? Jetzt noch drei. Ja, okay, das reicht. Ja, okay, wir können ja hier noch die Häuser durchsuchen, ne? Ja, Moment. Ich muss nur kurz ein bisschen Painkiller nehmen. Ja, Moment, da ist keine Zombies hier. Okay, irgendwie kann ich die nicht aufnehmen. Ah, Papier nehme ich mal lieber nicht mit. Ich möchte mein Inventar jetzt nicht voll mögen. Warst du schon in dem Haus hier? Nein. Oh, guck mal, hier ist zum Beispiel Garostcane und so. Wieso liegt denn hier in den Leichen? Achso, die spawnen ja hier. Aber ich kann nicht, ich kann nicht genug von Scrap-Mette kriegen ohne Wissen. Also, diese Betten brauchen wir jetzt nicht hier, ne? Sollen wir nehmen halt... Äh, wie betten. Achso, ähm... Ja, wie betten und... Ne, ne, ne. Also, ich glaub nicht, dass das funktioniert. Okay, aber ich hatte nämlich eins da im Inventar. Dann nehmen wir lieber unsere Schlafsäcke. Leute, gräbt sich grad ein Zombie zu mir durch. Na, wie geht's? Haha. Muss ich mal eben auf den schießen, damit ich meinen Moni wieder aufladen kann. Ja, guck mal, hier kommt grad ein Reh durch. Direkt dahinter ist ein Zombie. Okay. Ja, nicht nur einer. Ja, okay, guck mal mit. Mhm. Ja, lass dich hier weiter looten. Warte, du, du mal hier unten. Ich bin hier oben. Okay. Du mal hier unten die Kucke. Ich guck mal eben kurz nach oben. Alter, ich fühl' mega dunkel. Ich hab so viele Flaschen. Ja, Essen, Scrap Metal. Ja, ich auch. Also, ich nehme einfach mal jetzt keine Flasche mehr mit, weil ich hab's noch so viele. Ich auch. Wenn auch Femme. Hier gar nichts. Wie so ein scheiß Müller. Ach. Da muss die Facke bloß ein eigenes Item sein, Mann. Tja. Okay, du gehst grad nach oben, ne? Ja. Ja, ich tausche grad meinen alten Shotgun gegen eine neue und nehme die Munition dafür mit, weil die Shotgun hat auch ein Verlaufsdatum. Ja. Nämlich links über der Ausdauer steht, wie viele Schüsse du noch damit absetzen kannst. Links über der Ausdauer? Ach da. Tatsache. Da steht, wie viele Schüsse du damit noch abgeben kannst. Oh toll. Jetzt haben ich ja die ganzen Tiere. Kann ich die auch nicht wegschmeißen hier. Komm mal mit. Also, ich hab genug Waffen, wenn du noch eine Waffe brauchst. Ja, ne. Ich hab auch noch genug. Okay. Komm mal mit. Glaub ich, wenn du fertig bist da. Hä? Aber der... Hm? Na egal. Ah fuck. Na egal. Wo bist du jetzt hin? Und ich will grad essen. Dieser scheiß Kaktus ey. Wo bist du jetzt auch da? Aber das Haus ist auch ziemlich Zombie befallen. Okay. Oh, Moment. Moment. SMG vorwohin. Was wird wieder Tag? Oh, ich hab keine Mund mehr für die SMG. Ist schlecht. Ist da was drin? Ja, unsichtig. Oder was. Weißt du in Häusern gibt es auch Türen. Ja. Ich hab ne Spitzacke. Hä? 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 Oh, das wird wieder Tag endlich ey. Ähm. Was ich sagen wollte. Ähm. Um schnelleres Looten. Ähm. Wen. Äh. Wen nur. Ähm. Das aus was du mitnehmen willst. Und halt Shift gedrückt. Und klick dabei deine linke Maustaste. Dann nimmst du nämlich nur das mit. Okay. Wird so mega viel essen mit, wa? Ja. Aber solange ich stapeln kann, ist alles gut. Okay, warum wollen wir weiter? Also mega viel essen und trinken. Ähm. Ja warte, ich muss kurz was essen. Weiteregleichen. Soll ich was trinken? Essen, essen, essen hier. Ja, jetzt muss ich auch noch was. Oh, tutfisch. Was ist denn das hier? Nur und essen. Kann man das essen? Anscheinend nicht. So. Ja, du findest wie langsam bist. Aber schon wieder fast, ich hab Kaktus gerannt. Kann ich die Kaktus an die Mitte? Ne. Äh. Ja, Moment, ich guck mal eben wo wir hingehen. Ähm. Ähm. Ja, wir gehen genau hier lang. Nimm mal die blauen Blaubeeren mit. Kann man die essen? Kann man essen. Ja, alles mitnehmen davon. Bis man nicht mehr stapeln kann. Oh. Ja. Jetzt haben wir erstmal übelst zu viel Essen. Ja, ist geil. Ja, okay. 64 ist das Maximum, was man stapeln kann. Ja. Okay, wo langs? Moment. Ja, wo willst du jetzt hin? Eigentlich will ich dem reden daher, aber hier gehts auch lang. Wollen wir nicht lieber nach oben gehen? Moment. Kann ich grad das scheiß Reni looten. Dann lass uns mal lieber so nach oben gehen hier. Alter, das hat mega viel Fleisch. Ähm, Moment. Ja. Werfen wir mal trinken weg. So. Ey, wo bist du hin? Ach, da bist du noch. Ich will keine Ahnung. Sekunde. Ja, ich glaub das Schwein ist tot, oder? Ähm. Ne, nicht nach oben gehen. Weil oben gehts nicht wirklich weiter mit der Map. Ne. Wir laufen gleich zum in das Tür. Ich weiß, wo in das Tür ist. Sag mir, wenn du das gelootet hast. Ja, okay. Alles klar. Ich will noch eine Sache testen. Sekunde. Kann ich diese Gräse jetzt hier mit Wasser füllen? Ja, sicherlich. Ja, kann ich. Okay. Äh, wenn du hier Glass of Jair oder wie das heißt. Ja, ich hab nur noch 33. Aber ich hab gar nicht mehr so viel Platz. Ich hab noch genug Wasser. Also. Ja, ich auch. Ich nehm halt nur noch die leeren Gläsern mit, falls man die mal braucht. Ja, also hier dann. Ja, ich lauf hier nach. Ja, ja. Jo. Weil, ey. Das scheiß Ding nicht so hin und herhelfen würde, man. Wenigstens zieht die Shotgun mit One-Hit. Waren wir da schon in dem Haus? Oh ne, ja doch. Von da kommen wir. Kannst du mal kurz dieses... Moment. Was ist los? Wir können... Ich konnte grad das Red nicht loopen. So, komm mal. Äh, wir haben genug Stickys, war? Ja, ich hab auch noch was. Ja, ich hab auch noch was. Ich hab echt immer noch 600. Wir laufen richtig, wir laufen richtig. Was war das? Waren wir ein bisschen schön. Und die Ärzte. Was ist das denn hier bitte? Warte. Und da ist irgendwie sowas, ne? Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kanns, ich kanns grad nicht. Ich hab ne Spitzhacke. Aber ich kanns damit nicht kaputt machen. Ich kann die Spitzhacke hier drin nicht benutzen. Mh, egal. Lass das weitergehen. Hotgun nachladen. Ah, ne ist gut. Ah, schön schön. Jetzt können wir auch schön sprinten, damit wir, ähm, ordentlich Zeit nutzen. Naja, auf jeden Fall. In der Tat. Halt! Stopp! Halt! Stopp! Nimmst du das mit? Ja. Ich hab keine Blume mitgenommen. Wollte ich gar nicht. Wenn du irgendwie nur noch ein oder zwei Schüsse in der Waffe hast, schießt die am besten leer oder so. Oder auf den nächsten Zombie oder einfach. Alles klar. Leerschießen, damit die Munition verbraucht wird. Ja. Wieviel Munition hast du noch? Ähm, ich glaub drei, äh drei Magazine noch. Aber ich hab auch noch eine Shotgun. Davon 18 Stück. Also, Magazine für die Shotgun. Das ist das hässliche Ding. Ich luke, weil das im Gras liegt. Ich bin aber zuvor das Glas, äh, das Gras jetzt hier kurz zu machen. Oh, hier ist noch ein Loch, ja. Noch weiter. Äh, wir haben die Hälfte geschafft, deswegen. Oh, das ist gut. Wo laufen wir eigentlich jetzt hin? Ach, da oben. So ein Industriegebäude. Ey, aber guck mal, da oben rechts. Cohen, bei Cohen. Da ist doch so ein Megagebäude. Ja, guck mal, daneben. Rechts daneben. Ja, hä? Dieses Willen. Da gehen wir am Ende hin. Aber wir gehen jetzt, wir nehmen jetzt noch das... Das sehe ich noch gar nicht. Ja, du musst mit der linken Maustaste und der rechten Maustaste verschieben. Ah. Oh. Du kannst mit deiner Karte schieben. Alles klar. Wo ist eigentlich mein Hammer? Da ist mein Hammer. Ach so, ja, Tatsache. Dann bin ich vorhin immer aus der Map rausgelaufen. Okay. Ja gut, dann Richtung Valley.